Herzlich Willkommen zu meinem Ombre Look und ja ich mache mein Ombre Look mit den Farben Dunkelblond und Rot und wie ihr seht habe ich auch meine Haare, also sind meine Haare eigentlich ziemlich lockig gewesen und da habe ich sie gebürstet damit es ordentlicher ist und glatter und besser durchgeht und so habe ich dann dieses Aufhellzeug in meine Haare geschmiert. Ja, es sieht sehr wunderbar aus. Auf jeden Fall habe ich das in meine Haare geschmiert und danach wurde es auch ein bisschen heller. Ich habe es wirklich fast eine Stunde in meinen Haaren gelassen, aber es wurde jetzt nicht hellhell, es wurde so hellbrauch. Auf jeden Fall habe ich dann die Farben Blond und Rot in meine Haare, also erstmal Blond rein gemacht. Das ist ziemlich, wie ihr seht, sehr trackig überall, also sehr schmutzig, sagen wir so. Und ja, danach habe ich Rote in meine Haare gemacht und so ist dann auch die Farbe entstanden, die ich so sagen wollte. Und diese Farbe seht ihr dann am Ende des Videos und ja. Danke, dass ihr mein Video angeguckt habt und kommt wieder. Bis dann. Und P.S. Meine Haare, wenn ihr die auswäscht, also wenn ihr eure Haare auswäscht, die werden dann immer heller. Ciao. Ciao.